Musik Wir befinden uns hier also in der Mixzone des Stadions. Das heißt, hier treffen die Mannschaften vor dem Spiel erstmals aufeinander. Sie nehmen hier die Kinder an die Hand. Das ist eine tolle Sache für die Kinder. Sie sind begeistert. Wenn wir gleich in die Kabine gehen, denken Sie daran, René Adler, Stefan Kiesling. Du Schatz, hinter die Türen, dann sitzt sich also der René. Naja, auch Ihren Imbiss. Durchschnitt natürlich auch in den Kabinen. Wenn Sie den Imbiss genommen bekommen, kommen Sie wieder raus. Oh, tschuldigung. Boah, der ist aber eilig. Bernd! Kommst du jetzt bitte? Die Führung geht weiter. Bernd! Bernd!